Warte, ich warte kurz, bis die Frames sich eingespielt haben. Da ist in letzter Zeit ein bisschen Failware. Tankst du das viel, weil ich mache ja von weiter aus Damage. Alter, das kann man nicht wirklich tanken nennen. Ja, okay, wir sind jetzt gerade auf jeden Fall. Hallo Leute. Map-Bosse killen und wir fangen natürlich in der Minenprärie an. Bei dem sehr schweren Gegner. Das werden wir auf gar keinen Fall schaffen. Niemals. Niemals. Wie viel Damage macht der denn? Oh, zwei. Oh, zwei. Oh, geil. Und miss. Okay, aber der hält mehr aus, als ich jetzt gedacht hätte. Boah. Ich weiß gar nicht mal ansatzweise, wo wir ungefähr verkacken werden, ne? Äh, ich schätze bei dem Ahorn. Ich hoffe, das wird noch nicht im Dingens sein, im Fern und Tempel. Nee. Okay, dann lasst wir in die Diplasia. Was? Auf dem nächsten. Juh. Ich muss mal gucken, wie lange wir brauchen, weil wenn wir lange überleben, ich werde kein Stundenvideo dort hochladen, dann splitte ich das. Okay. Äh, scheiße. Der Mapboost hier ist nicht da. Ja, dann lass mal Channel... Oh, 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 warte. Siehst du den? Hey, der hat ja doch ein grüner Punkt. Ja, ich weiß, aber vielleicht sehe ich den dann nicht. Nee, glaube ich nicht. Scheiße. Ich gehe mal Channel 3 und du 5. Oh, ich muss noch nicht mal zensieren. Äh, ja, von mir aus gehe ich Channel 5. Ich konnte mich sogar ganz normal umlocken. Ich auch. Ich bin jetzt schon wieder im Spiel. Ich glaube, hier ist er. Äh, ja, bei mir auch, aber dann, damit du nicht umlocken musst. Das ist mal so nett. Oh, ich komme schon wieder ganz normal umlocken. Was ist denn da los? Ja, vielleicht ist es halt ja extra nett, dass ich beim Video da nicht dauernd sensierend etwas schlafen muss. Hallo. Hallo. Wo bist denn du? Partnerkleidung. Warte, ich buff dich. Sonst schaffen wir das nicht. Obwohl, nee, der Mandra hat ja diesen hässlichen Effekt. Da könnten wir vielleicht wirklich Damage bekommen. Ach Gott, hat das nicht für einen Effekt. Der Schrei. Ja, ich weiß, der macht Damage, wenn du den gekillt hast. Ja. Ja, wow. Vielleicht kommt dann ja so ein Otto-Fuchs an und meint dich dann den letzten Hit zu geben und dann bist du tot. Ach ja, mal was anderes. Äh, ich bin da über, der geilste Maserfakt überhaupt behauptet. Ja, ich habe einfach SP plus 13. Hat man natürlich noch gar nicht gesehen. Nein, das muss man extra nochmal sagen. Boah, da mache ich jetzt Wasserresilfe rein. Echt jetzt? Ja. Warte, ich gebe dir mal kurz Ele down. Bam. Ach, geht ja gar nicht. Ja, sag ich ja. Das kann sein, dass er weniger aussieht. Ja, ich wollte gerade sagen, hält weniger aussieht als das Vieh. Gerade. Ich habe schon Damage bekommen wegen der Mandra daneben. Oh. Meinst du, der Dopp was Geiles? Ja. Oder eine Engelsfeder? Kann deine Engelsfeder droppen? Ich habe eine unvollständige Muschel und große Erholungstränke. Ich saad. Was habe ich eigentlich vorhin bekommen? Ich, keine Ahnung. Gar nichts wahrscheinlich. Alter, nicht so hastig. Doch. Go, go, go. Ah, gut, der ist da. Müssen wir nicht wechseln. Okay. Äh, Fern- und Vorposten gehst du jetzt, ne? Ja, ja. Steinklippe oder so sind keine, ne? Äh, nicht, dass ich höreste. Wir machen mal nur die, die wir kennen. Ich habe auch im Internet keinen Guide gefunden. Der Teil ist so low, der macht mir einen Damage. Den hatte ich letztens schon mal in einem Video. Ja, aber der hat so special Skill. Wenn der so, so stürmen muss ich machen, dann macht der ein bisschen mehr Damage. Echt? Ja, oder fünf dann. Ja, oder sechs. Alter, wo läufst du hin? Ja, frag mich auch gerade. Ich kenne die Maps nicht mehr so, das ist zu lange her. Ah, okay. Für mich ist das ungefähr eine Woche her. Ach ja, dein Schwert hier. Ey, fängst du schon an, oder was? Nein. Bam. Drei. Startup, meine ich. Oh, da hat er mir gerade tausend gemacht. Oh, weiß ich ja, genau. Bam. Und fünf. Oh nein. Mal, ich bin voll der Tank. Alter, der macht dem viel mehr Damage als du. Das stimmt ja so nicht. Ja doch, 1 bis 200 Damage. Wow. Okay, dann gucken wir mal auf den Ferne und Tempel. Oh, da ist der Hund. Ist natürlich sehr... Toll, Synchron. Ist natürlich sehr schwer zum Anfang. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber echt, dass wir bei den Tauben verkacken. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass wir bis zum Steingolem kommen. Der ist da. Ich tue schon mal Schatten-Resi rein, der hat glaube ich Schatten-Element. Die machen ja alles so viel Damage hier, da braucht man die Resi. Boah, wenn der Schatten-Element hat, bin ich hier voll OP gleich mit dem WK. Boah, stimmt. Ne, der hat Schatten-Element. Wo ist denn der, Alter? Haha, der hat minus 15 Licht-Resi. Damn. Boah, hast du gesehen, ey, die 12k. 12k von mir. 13. Boah. Was ist denn hier? Da werden wir noch jetzt mehr Damage, ne? Der macht gar nicht wenig Damage, glaube ich. Was? Der macht gar nicht wenig Damage. Der ist ja auch mittlerweile schon Level 38. Oh, ein K macht der. Ja. Ich glaube, wir verrecken früher, als wir vermuten. Das kann sein. Dann lassen wir zur Kartoffel gehen. Ist die Kartoffel der Nächste? Ja, stimmt, ja. Ja, ich glaube, die Kartoffel ist der Nächste. Tausendjährige Kartoffel, oder wie der heißt. Ja. Die Kartoffel. Stirbkartoffel. Da kommt aber irgendwann noch ein Hund. Der ist nicht da. Oder ist der in dem nächsten Fern- und Tempel? Hier ist die Kartoffel. Ah, dann müssen wir, glaube ich, zuerst einen anderen. Oder wir machen erst den, das weiß ich nicht. Hey, da ist dann keiner. Welcher soll denn da noch sein? Doch, 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 da, wo man so runtergehen muss, weißt du? Nö. Oder ist das hier? Fern und Gruft, nee, das ist hier, okay, dann ist er gut. Fern und Gruft unten links. Da irgendwie im dritten oder vierten Stock, da ist auch noch einer. Aha. Ja. Aha. Ja, ne? Aha. Das weiß ich, weil ich den mit meinem Low angegriffen hab, und der mich fix hat, fickt hat. Pass auf, jetzt verrecken wir. Oh, der hält schon was mehr aus. Wie hat denn die Mops? Äh, lol, der hat mir Damage gemacht. Gar nicht schlecht. Alter, lass den mal bei dir. Lass den mal stunnen, bitte. Das geht nicht. Wir verrecken früher, als wir vermuten, glaub mir. Quatsch. Nix, ach, Quatsch. Wieso kann man die auch nicht stunnen? Wir verrecken, ich glaube, wir schaffen den mal bis in Akt 2. Ich glaube, wir schaffen auch nicht mal diesen großen, äh, Wear-Part, der da in Akt 2 rumrennt in Krem. Doch. 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 Stimmt, hier gibt es ja auch nicht, hab ich voll vergessen. Ich sag das, ich glaube, wir verrecken früher. Aber ich brauch jetzt mal gleich mal Buffs von dir erstmal. Ja, die laufen ja auch jetzt ab. Ja, deswegen. Okay, dann zeig ich dir mal, wo der eine ist. Okay. Wenn der da ist. Welche Map denn? Ja, unten links, Fernumkruft. Ach, das bringt nichts auf die Karte zu klicken hier. Naja. Naja. Ja doch, mach ich schon, aber halt immer nur so. Wo fläschst du hin? Ach, da kommt man ja auch durch, stimmt. Ja. Probier ich mir sogar noch früher da als du. Hm, knapp. Ey, ich muss hier den Umweg. Nein. Ich weiß es nicht, in welcher Etage. Ich weiß allerdings nicht, in welcher Etage. Der vier soll ein Boss sein? Ja. Das hätte ich jetzt niemals dran gedacht, dass hier einer sein kann. Das ist doch wahr. In welchem sollen das sein, in welcher Ebene? Ja, hab ich doch gerade gesagt, weiß ich nicht. Ich erkenne die Map-Namen übrigens nicht, dass FPS da war. Oh. Ich glaube aber dritte oder vierte. Warum nicht die Gold? Warum nicht das Stroh? Vielleicht, weil hier vorhin jemand war und Monster gekillt hat und Gold gedroppt hat. Okay. Oder das Monster ist einfach so gestorben. Mhm. Hier kommt man voll geil, äh, wie heißen sie, die grünen Kristalle-Farm. Besser als ich dachte. Du meinst Glasstücke. Ja, genau. Und keine Kristalle. In der Zeit, wie ich meinen Krieger hochgezogen habe, habe ich, äh, 4,99 oder 6 davon bekommen. Alter, ich bin so müde. Das glaubst du gar nicht. Alter. Wo ist das, wie ich glaub, hier müsste das sein. Also auf jeden Fall die letzte Map ist nicht die letzte Map. Nee, nee. Oh, hier ist einer. Was einer? 54 mal wahrscheinlich gleiche Scheiße wie ich. Ah doch, hier ist er. Da ist er. Okay, wenn ich jetzt sehe, kenn ich ihn bestimmt. Wie heißt er denn? Ein Hund Satans. Hey, warte mal, wie sieht der aus? Wie so ein... Ach doch, ja klar. Von dem bin ich immer weggerannt, wo ich hier früher ging. Gelevelt hab. Na, dem dürfte ich wieder... Ja, mach ich wieder gut Damage. Weil ich Licht bin. Ah, hatten wir so viel Resis. Ja. Bisschen mehr Licht, Resi. Aber 10k sind drin. Okay, würde wahrscheinlich ein bisschen schnell gehen, wenn ich jetzt auch Wildkeeper anmachen will, aber nee. Nee. Na, der macht viel weniger Damage als die Kartoffel. Ach ja, ich hab Schatten... Lol. Mhm. Okay, die Kartoffel war, glaub ich, härter. Auflader für Spezialistenkarte. Regenbogen, Perlen und Saat der Macht. Oder Saat der Macht. Nee, nur Saat. Alter, müssen wir gleich komplett zurückfliegen. Ja. Ganz ehrlich, nee. Ich kann meinen RKO nicht verändern. Ich hab so einen schönen Akt 5 RKO, da ist mir zu teuer, den neu zu machen. Oh, du kannst dich doch eh nicht zu Akt 5 porten. Hä? Du kannst dich zu Akt 5 nicht porten. Ja, aber wenn ich in Akt 5 bin. Achso. Echt, wie das? Ja, wozu sollst du sonst Akt 5 RKOs geben? Ja, mit diesen Akt 5 Heimkehr-Dingern, die 50k kosten. Ja, aber da erstellst du dir auch ein RKO mit. Ja, ja. Ja, ich versteh dich grad nicht. Ja, du hast doch keinen Bock jedes Mal für ein RKO oder 50k ausgelaufen. Ja, deswegen verändere ich mein RKO nicht. Wenn ich in Akt 5 bin, zum Beispiel nach einem Wait, dann will ich doch zurück zur Adlerstadt. Und dann benutze ich mein RKO. Du warst grad da oben. Okay, vielleicht bin ich schneller als du. Ne, ich hatte überlegt, ob ich mich porten soll, deswegen bin ich stehen geblieben. Hier liegen immer noch die 304 Gold, ich snack mir die jetzt. Oh Gott. Jetzt bin ich reich. Witch-Nigger. So ein richtiger Witch-Nigger. Auf welcher Map bin ich denn gerade? Ich kann das nicht lesen da oben. Einfach im Kreis nach oben. Ich glaube, jetzt bin ich hier auf der letzten, also auf der ersten, beziehungsweise. Du bleibst nicht mehr so schon im Krem. Am Ende ist hier bestimmt gerade wieder so die Hardcore-Bucke am Laufen. Oh, der wahre Part ist auch da. Gut. Der wahre Part? Der wahre Part. Willst du schon in Krem? Ja. Hä, wie geht das denn? Ja, du bist scheiße. Ach, man kann ja von hier aus nach Krem, ne? Ja. Oh, ich bin schon mal ein Boss. Wenn du willst, kannst du FDF. Westlicher Krem, okay. Nein, da gebe ich jetzt keine 20k für aus. Alter, wie ich dieses Labyrinth hier hasse. Komm schon. Komm, jetzt verkacken wir beim Wahre Part. Ja, ach. Na, ich halte da dran fest. Wir verkacken. Sehr früh. Okay. Wir schaffen nicht viel. Wo bleibst du? Boah, ich bin doch da, du Mongo. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier so über das... Ich habe ein Speedmuster gedroppt, haben wir, gell? Ja, haben die den... Ja, du droppst bei Level 60er Mobs, was? So. Boah, da kommen Erinnerungen auf, Alter. Ich will nochmal low sein. Ich will nochmal hier mobben und alles. Super. Da macht nicht wirklich Spaß, wenn man da muss. Warte. Boofs. Oh, ne, der hat kein Element. Und der macht Blackout. Und der ist ein Scheißloop. Der macht Blackout. Alter, bleib doch mal stehen. Fick dich. Ich bin boge, ich mache Hit and One. So misst der mich nämlich. Oh, geil. Ich treffe öfters mein Kostüm. Danke. Alter, miss, miss, miss. Alter, mit dem Kripp mache ich den 12k. Ah, mach doch mal öfters. Der Typ da denkt sich jetzt bestimmt, boah, Alter, voll die Pros, Alter, die greifen den Boss an. Ja. Ja, doch, aber den schaffen wir. Ah, endlich greift der mal dich an. Ich wollte gerade sagen, machst du gut mit dem Tag. Und dann greift der... Endshaft. Mich an. Ey, kann doch mal aufhören. Fick dich. Lol, das ist TBO. Ich habe Dauer. Alter. Gibt er dir dauernd Fächer. Ja. Lauf doch, ich will wieder laufen. Oh, danke. Jetzt geht auf mich, Alter. Ja. Ja. Saat. Was hat ihn jetzt gerade, ey? Warum jetzt gebe ich ihn? Ma! Was hat er macht? Ich kriege nur Saat. Aber ich habe jetzt auch Saat. Im Laden. Oh, kann sein, dass wir beim nächsten schon verkacken. Der nächste wäre? Äh, hier im östlichen Camp dieser komische Waldgeist oder was anderes. Keine Ahnung. Oh, nee. Oh, ja. Der macht Hard Damage. Ja. Boah, ich will nicht, dass das Video nur so fünf Minuten geht. Ich glaube, wir sind schon länger als fünf Minuten dran. Ich habe mir vorhin sogar extra nochmal 86 Tränke gekauft, ne? Gott. Kauft man doch nicht. Äh, wieso? Stellst du dir Tränke her oder was? Weil ich fahre mir die. Ich will mir zingen. Ja, die verbrauche ich aber dann immer in Draco Waits und so. Ich will wieder Events haben. Boah, ja. War voll geil. Geht beim Halloween Event auch irgendwelche Pods? Warte dazu. Hm, nicht. Wenn keine Pods, dann einfach nur ein paar Snacks. Geht auch noch. Ja, ich glaube aber, die waren eh nicht so geil. Huch, so Teufel. Er hat Schatten, da die Schatten drin, ja. Ich habe auch Schatten drin. Warte, greif den mal nicht an, ich will zuerst angreifen. Hm, 25 Prozent Starre. Keine Bewegung möglich, kein Angriff möglich. 50 Prozent mehr auf Crit. Dauer vier Sekunden. Ganz schön ärgerlich. 25 Prozent. Sollen wir? Ich greife zuerst an. Warte, mein Falken läuft gleich ab. Achso. Also Adler. Zehn Sekunden noch. Ich könnte auch auf den Falken geben, das ist quasi das gleiche, aber... Nein. Ist nicht ganz das gleiche. Ja, ein bisschen Unterschiede machen. Du hast, glaube ich, eine höhere Chance auf Crit dann. Echt? Ja. Ja, dann mach mal. Öffa Rater von 90. Mach erstmal, wie viel Damage du machst und dann ich. Weil ich den eben machen wollte. Okay, fünf. Acht. Ja, weil da Schatten ist. Ah doch, den schaffen wir. Ja. Aber das mit dem Stache könnte noch... Ja, das ist wieder so einer, der macht ein bisschen mehr Damage-Append aus. Ja. Ja. 1,3k auf Resi ist schon nicht ohne. Ohne Resi wird der mir wahrscheinlich zwei oder drei machen. Komm, ey, friss doch. Ja, die können keine kriegen, glaube ich. Mach, guck mal die geile Schildgröße da, ne? Tut mir leid. Du bist noch im Sterben. Ich will keinen Pott drücken. Ich hab das schon im Auge. Ich will dafür jetzt keinen Pott verspenden, deswegen... Wechseln wir uns immer mal ein bisschen ab. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich überhaupt Tank sein sollte. Ja, weil ich von weiterer Entfernung wegen hier... Sag's doch einfach, weil du behindert bist. Kraft nimm während eines Fernangriffes, je weiter du die vom... Schon wieder, Saat. Ich kenn die Skills vom Jäger. Ey, guck mal, du hast Plage. Was ist denn der Nächste? Was haben wir denn hier so für Maps? Gipfel des Krems ist auch einer. Sicher? Was ist denn da? Ist da nicht irgendwo so ein Groß... Gibt es nicht so einen großen... Nee, so einen Löwen? Nee. Nee, gibt es nicht. Stimmt, wo ist der Nächste? Shannera Dungeon? Gibt es da was? Boah, ganz bestimmt, aber... Ja doch, Shannera Dungeon gibt es, glaube ich, was. Ja, da gibt es was. Ja? Ja, ist dieser Beugen. Ja, genau. Dieser, äh, außerirdische Beugen. Ich muss vorher trotzdem mal Gipfel gucken, vielleicht ist er ja trotzdem was. Ja, können wir mal gucken. Okay. Wir haben ja Zeit. Genau. Wie viele Snacks hab ich eigentlich noch? Oh, scheiße. Wie ich mich hier früher immer gesaved hab, war... Weil ich, weiß ich nicht, von so einer Wespe irgendwie... Ach so. Ihr könnt's ja geil mobben. Ne, schau nicht so. Wir killen auch den LDT-Boss, ne? Ach, kann sein, dass hier echt was war? Ja, hab ich irgendwie so im Kopf, aber mittlerweile, glaube ich, eher nicht mehr. Ach, Alter, ist der der Wade eigentlich. Kommst du hin? Ja, ich will Riesen-Slate. Das ist doch. Boah, der Wade wird auch viel zu selten aufgemacht. Ja, das ist doch voll teuer. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Schwer zu fahren. Ja, dann sollen die das von Gameforge mal anders machen. Der Wade ist nämlich saugeil. Ja.